Ha ha ha! Oh nein! Drecksgräpe! Ha 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 ha! Ob das mein großes Kanonenrohr ist? Ha! Und ich bin durch! Wer bist du denn? Ah, du bist aber ein Böser! Nein! Ah, ich liebe meinen Anzug! Ich glaube, den will ich nie mehr hergeben! So, den hätten wir! Da oben geht's wahrscheinlich dahin, also geht's ja nur noch zu dem Schiff! Okay, auf und nieder immer wieder! Nee, da will ich gar nicht hin! Das muss ich nicht! Aaaaaaah! Äh, hallo? Nein! Nein! Ah, ich kann schwimmen! Ich kann schwimmen! Ich kann schwimmen! Cool! Ich hab gedacht, ich geh da drauf, wenn ich da runterfalle! Auah! Boah, das war knapp! Guck! Oh! Das kann nicht immer klappen. Nein! Nein! Ey, was ist los? Oh, schon wieder geschafft. Ah, er nur wieder. Ich kenne mir doch irgendwoher. Ha! Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Ah! So ein Murks. Wann habe ich angefangen? Ah, ich mache einfach noch was. Nur was muss ich schneiden, Freunde. Oh, wo komme ich denn jetzt hier? Äh, hey? Er hat doch verpüpscht. Na, war ja klar. Und wo komme ich da hin? Dann komme ich da oben hin. Ah! Das hätte ich mir schenken können. Ich bin ja so im Spiel vertieft, dass ich ganz vergessen habe, wenn ich jetzt hier angefangen habe. Äh, was ist jetzt hier schon? Oh, nein! Oh, nein! Ach, das darf doch nicht wahr sein. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Mann! Ey, das darf nicht wahr sein! Ey, das darf nicht wahr sein! Ah, ein Blatt, okay. Schon lange nicht mehr gehabt. Aber was soll ich mit diesen ganzen Bonus-Leveln hier? Jetzt sind wir hier. Ah! Boah, er geht aber hier ziemlich zügig hier. Kann das sein? Ah, zwei. Jetzt habe ich ihn verloren. Dies morx. Nein! Nein, ich schaff da da wirklich noch gar nicht hin! Man merkt, das Spiel zieht an. Okay, was ist das hier? Na? Na? Ha, ha, ha! Falsch Richtung. Ha, ha! Hm. Falsch Richtung! Ha, ha, ha! Hm. Nein! 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 Scheiße Scheiße Nein Das muss doch möglich sein Verdammter Krampf So aber nicht Also geht doch Ungeschafft Oh, da legst sie nieder Oh, jetzt ist das da frei Okay, Freunde Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß, wann ich es aufgenommen habe Mache ich hier Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Teil Bis dahin, NRW bei 18 Adieu